Du hast die Kische gelootet. Alter, geht's noch? Nee, du... Nee, lief... Ich bin Zeuge! Anzeige ist raus! Loot auf den Boden aufheben, gell? Nö. Wo ist denn der Boden, Alter? Oh, scheiß Internet hat grad gebackt, wo ich geschossen hab, Alter! Starte... ...das... ...sp... Also, von Gegnern, die Waffen nehmen, ist erlaubt, oder? Hast du verblödet oder bist du verblödet? Dennis, du bist auf PC, seh ich grad erst. Ja... Was ist das für ne dumme Frage? Keine Kisten looten, gell, ich will nix sehen hier. Du hast keine Kisten looten? Ah, tschau Jonas, mach's gut. Pfff! Bei wenigstens hab ich ne blaue Pamp. Timur? Halt dein Maul! Hast du Bock auf ne blaue Pamp garne? Nö. Da vorne, Gegner. Oh, der ist gut? Oh, der ist nicht gut. Oh, ich wollte den Pig-Achsen, wildhaut. Hahaha! Ja, kein Plan, wir dürfen nur auf den Boden looten jetzt dann, gell, also... Okay. Nögen Slurpee. Lass mal Holly, Holly, Holly! Nee, Slurpee. Holly, ich geh Holly. HALTZ MAUL! Boah, Hilfe. Ich hab ne blaue Pamp kann, Digga. Mo, komm mal her, komm mal her. Ey, dieses Internet heute, das ist f***ig. Okay. Oh mein Gott, danke. Da vorne, da vorne, ey. Tun das rieb ich nicht zu viel. Ey, darf man den Loot haben? Ja, dürft wir nehmen, du. NEIN! Ey, darf ich bitte, bitte ein Snap-Amonie? Nö, darfst du nicht. Gehört mir. Oh mein Gott, Digga! Habt den Bot. Oh mein Gott, Digga! Alter, hat er mich erschrocken. Ich hab keine Mets, Digga. Nein, das war ein Shot! Halt einfach der Mo- Wo ist denn der Bot, Alter? Wo ist denn der Bot, Alter? Boah, scheiß Internet hat grad gebackt, wo ich geschossen hab, Alter. Wo ist der, wo ist der, wo ist der, wo sind die? Wie liegt dieser Ping heute? Äh, baaah. Ekelhaft. Der ist da vorne. Die sind hier drinnen, die sind hier drinnen, die hier nicht. Geh weg, ich hole mir, du Bot. Klar, ich bin Bot in dem Satz, ja. In der Tat. Hey, du dummer Holzkopf, ich hätte voll den scheiß Ping, Alter. Hey, ich hätte beide direkt geholt. Nein! Du hast die Kiste gelootet. Alter, geht's noch? Nee, du liefst dir. Du darfst manchmal nicht mehr mit. Ich bin Zeuge! Anzeige ist raus! Soll Wolverine angreifen? Ja, greif mich doch an. Scheiße, er ist auf mich fixiert. Geh doch nicht auf Wolverine, bitte. Nee, komm, geh weg, du Mann. Schön ist er, ich bin auf ihn gegangen. Wenn ich dir verkacken hab, hab ich da keinen Bock. Ja, komm, siehste. Hab ihn. Du bollst, Jonas, du holst gar keinen. Mein Gott, Jonas ist so scheiße im Gang. Boom, ich bin besser als alle. Scheiße, komm. Ich bin besser als Timo. Weil Timo einfach scheiße ist. Hoffentlich bleibt der Ping jetzt, Alter. Das 5000er-Ping, gar nichts für mich, ja. Oh mein Gott, hier wäre eine mythische... Lass mal, warte, Jonas, komm her. Komm her, Slurpus. Warte kurz. Ah, gönne ich mir jetzt selber, warte. Warte. Ja, komm schnell, bevor ich ihn mir gönne. Warte, ich will erst mal gucken. Oh, oh gee. Ich komme. Warte. Jonas, schwöre ich, gönne ich mir jetzt selber. Siehst schon, wie ich abbaue. Nein. Hör auf. Hör auf. Jonas, komm, bewege deinen Arsch jetzt. Ja, Bob. Oh, das Ding ist das. Jonas, gib mal ein bisschen Mads, bitte. Ich habe keinen Mads. Doch, gib mir all deine Mads bitte. Ich habe nur 100, man nicht, Digga. Farms. Ja, wirklich, er fahnt alles, Digga. Timo Bräuer kann ich mal, weil er in Bord ist. Boah, die Fresse hat. Boah, ich hab keine Fresse. Ich such mein Holz. Guck mal, ich hab ein Holzstück in meiner Nähe. Anna, Dennis, was Rüstes an Nüsse oder was? Ja, ich war gut. Schmeckt lecker. Boah, ich weiß, was ich mir gleich gönne. Ein geiles TikTok-Bar. Nein. Joghuretten. Joghuretten gönne ich mir. Was ist denn das? Hä, Digga, eine Schokolade, Digga. Wirst du kommen dazu hin, das? Ich hab da nie einer gehört, dass Joghuretten sind. Das ist ein Flugzeug. Ey, da ist ein Flugzeug. Warte. Hab ich was getroffen. Er kommt. Das sind so ein Kamm. Nur wegen mir kommt das Flugzeug. Hallo ihr Loser. Ihr seid so ne Loser. Ich weiß nicht. Timo ist schlechter als meine Oma. Nunas will ich euch hochkommen. Komm, Nunas, komm doch auch hoch. Ich brauch zu kommen. Ja klar. Warte. Na los. Ja. Haha. 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 Du bist so ein Opfer, Digga. Ah nein, die Gegner. Was? Ja, die können ja wohl mir die Gegner, die da jetzt kommen. Ey, das sind meine Gegner. Ne, das sind meine, du Boss. Geh doch weg, Alter. Gib mir die Sniper, weil mein Kind, Alter. Nö. Ich hab den Kills. Jonas, wie viele Kills hast du eigentlich? Ja, ich hab null. Ah, du Opfer. Ich weiß nicht mehr. Zwei. Ne, ich hab 3.000. Hm? Da ist Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug. Da sind blöder du drüber. Ne, ne, kommt da auch kein Flugzeug. Warte, ich zerstörst du es. Warum hab ich mich getroffen? Weil ich los bin. Ja, das stimmt jetzt. Wo ist das du's stimmen? Ja, weiß. Ja, Jonas war schon das neuste. Ich hab nen geilen Ping. Besser als deinen Drecksping. Guck mal, du driftsch. Ich geh jetzt einfach drauf. Ich hab durch die Löcher geschossen. Oha. Wer hat die Truhe geöffnet? Das war ich nicht. Äh, nein. Hat einer von euch, ähm, äh... Oha, irgendwie einfach den Kille holen möchtet. Ich brauche Puppe, Moni, Dennis. Könnt ihr mir ja nicht mal helfen, ihr Boss, oder was? Jetzt haltet ihr. Ne, das ist alles alleine, oder was? Alter, wo seid ihr? Wir sind ja beide so Boss, oder? Digga, wo bist du, Digga? Wir machen dir alles alleine. Ja, geh, du kleines Piss. In dem Satz, mit dir bin ich besser. Wuuu! Hör, Alter. Wo bist du, Alter? Ja, jetzt komm, meine Güte. Der Weg ist da, wo du nicht bist. Ist so ne Dreckschallenge, Jonas. Heißt, das war ohne Witz. Halt die Fracke. Ja, ist okay. Willa, ich büsch nicht, Alter. Juhu. Geil. Gleich jetzt erstmal 1v1, Jonas, gell? Ja, gerne. Da bin ich dabei. Ich hab Aggression. Hör dir bitte die Gegner auf. Wuuu! Ab ihn. Ja, aber auch nur wegen mir. Ich hab nur Kills wegen euch. Ihr seid so gut. Ich hab das gar nicht, egal. Guck mal, du hast null Kills, Jonas. Wie fühlt sich das so an? Ja, macht Spaß. Immer schön Kills abschrauben, wa? Jetzt komm, du kleiner Loser. Ja, könnt ihr meine Karte wenigstens dann wieder resetten, oder? Nee, das geht nicht. Okay. Erst mal flexen hier. Oh, heftig. Ich hoffe, ich schieße gerne runter. Ah, da hast du ja auch verkackt beim Meditieren. Ich hasse man dem. Weil ich jetzt heute schon die Kriegsette wegen Timo. Ja. Timo, wenn wir jetzt den Sieg holen, schenkst du mir was. Oh ne, das machen wir nicht hier. Ohne der Jonas, schnell! Fick deine Mutter. Der kleine Arschloch, Digga. Selber, Digga. Hat dich selber in seinen Arschloch gezogen. Haha, du Bot. Ich bin auf dem Weg, chill doch mal. Was soll ich denn machen? Geil, Dennis. Jonas! Beruhig dich. Mann, er ist so scheiße. Beruhig dich doch, Alter. Jetzt holt er den nicht, weil er scheiße ist. Boah, Alter. Digga, also er hat einfach nur Glück, weil ich ihn angeschossen habe. Hörst du das dick, ey, wie ist ich? Kannst du nicht mal mal leise sein, Digga? Geh, ist immer leise geflext, meine Fresse, Alter. Ja, komm, fügt der Brasse, ekelhaften Dreckschel. Wir spielen jetzt Titel, bitte. Komm, lass Titelzauber spielen, Alter.